Die Ukraine beschränkt die Bewegungsfreiheit von Zivilisten in einem 20 Kilometer breiten Gebiet im nordöstlichen Grenzgebiet zu Russland, wie der Generalstab Kiews am Dienstag mitteilte. Diese Maßnahme erfolgt, während ukrainische Truppen im Rahmen einer überraschenden einwöchigen Offensive weiter in russisches Territorium vordringen. Die Maßnahme, die in Teilen der Region Sumi an der Grenze zur russischen Region Kurs gilt, sei aufgrund einer Zunahme der Feindseligkeiten und der Aktivierung russischer Sabotage und Aufklärungsgruppen in der Gegend notwendig, erklärte der ukrainische Generalstab. Das Militärkommando hat Bewegungsbeschränkungen für alle Kategorien von Bürgern im 20 Kilometer breiten Grenzgebiet der Region Sumi verhängt, hieß es in einer Erklärung, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. Der Generalstab fügte hinzu, dass die Maßnahme vorübergehend sei und dass die Bewohner des Gebiets, in dem die Maßnahme in Kraft ist, weiterhin mit ihren Registrierungsdokumenten Zugang zu ihren Häusern haben könnten. Ukrainische Truppen durchbrachen letzte Woche die russische Grenze, etwa 530 Kilometer südwestlich von Moskau, in einem überraschenden Angriff, der zur Kontrolle über mehrere Gebiete auf russischem Territorium und zur massiven Evakuierung von Zivilisten auf beiden Seiten der Grenze führte. Diese Entwicklung hat die Moral in der Ukraine deutlich gestärkt, während einige Analysten befürchten, dass Wladimir Putin hart reagieren könnte. In der Region Sumi sind in diesen Tagen viele militärische Fahrzeuge und Panzer zu sehen, die Kiew an die neue Front des Krieges schickt.